Prima Junge, werde nicht übermütig. Ja, ich trage jetzt keine Antwort. Das ist nun mal der Preis, den man für Erfolg bezahlt hat. Genug! Ja! Ja, das ist nun mal der Preis. Ja, ich werde nicht mehr. Ich werde mich nie wieder abschauen, okay? Denn ich hasse ihn. Er liegt am Boden. Gegner packiert. Ich habe doch gesagt, das wird einfach. Ich glaube, das bedeutet, was du meinst. Nein. Wir gehen zuerst, um nur zu viel zu gehen. Endlich wird man richtig gehen. Der Imperator ist am Ende. Zähl erkannt. Angreifen. Oder fliegen. Alter, schmutz. Was habe ich zu sagen? Zähl erkannt. Kommendlich hat das jemand gesehen. Äh, da kommen möglicherweise mehr Drucken, als erwartet. Da können wir sie nachnehmen. Soll das heißen, es gibt keine Verhandlung? Die ich jetzt prophezeit habe. Zähl erkannt. Ja, ich trage jetzt Verantwortung. Das ist nun mal der Preis, den du für Erfolg bezahlst. Was du pompös nennst. Nenne ich ihn wieder mit der CO10. Ich habe dich bereits erwartet. Da bin ich nicht. Ich bin der Bäste. Soll ich die erschießen oder dich? Ziel gerautet! Ziel identifiziert! Der Spaß kann losgehen! Bleibt wachsam! Sichert unsere Flanken! Schuss! 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 Ziel identifiziert! Ich bereue es jetzt schon! Der Deckung, so fort! Ich habe nicht bestätigt! Ender Paket! Ich habe nicht bestätigt! 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 Dann bin ich bestätig! Das war's für heute. Sie sind einfach viel zu verkrampft. Also das war echt unfair. 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 Also das war echt unfair.